Manuel am Abend Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich laufe hier am See in den Niederlanden, also bin sozusagen im Ausland und ja, hier laufe ich bei schönstem Wetter herum und natürlich beim schönen Herbstwetter. Könnt ihr sicherlich sehen. Ja, gehen wir mal ans Wasser. Ja, mal am Abend, Freunde. Gehen wir mal weiter. Damit ihr auch seht, dass es herbstlich ist. Ich muss mich jetzt leider auch wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns sicherlich morgen wieder zu meinem Abend. Bis dahin und tschüss.